Wir bei Palfinger sehen uns als Technologie- und Innovationsführer. Das bedeutet in erster Linie harte Arbeit und jeden Tag nach besseren Lösungen für unsere Kunden zu suchen. In dem Zusammenhang haben wir bereits vor einigen Jahren ein großfunktionales Projektteam mit dem Auftrag losgeschickt, das genau zu tun und die neue Tech-Kranreihe zu entwickeln. Im Zuge dessen haben wir uns dann auch ein neues Steuersystem angeschaut und ein neues Steuerventil des LX6 zum Einsatz gebracht. Dieses Ventil wird noch präzisere Krambedienung erlauben und Manövrierbarkeit von den Produkten verbessern und damit die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Das Ganze haben wir auch noch in ein neues Design gegossen. Das etwas Ansprechende ist ein bisschen moderner, etwas edler und natürlich vor allem funktionell. Das ist ganz wichtig. Im Zuge der Produktentwicklung waren auch von Anfang an Kunden mit an Bord, mit denen wir Lösungen besprochen haben, mit denen wir deren Herausforderungen diskutiert haben, um zu verstehen, worauf es ankommt. Und das Ziel der Produktentwicklung war ja ganz klar, den Traum eines jeden Kranbedieners zu entwickeln. Und das Ziel der Produktentwicklung war ja ganz klar, den Traum eines Steuersystems Vielen Dank.